Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum EM-Orakel-Achtelfinale. Pascal und ich spielen hier mit Irland gegen Frankreich, die gespielt werden von Hobart. Und Tobias. So. Hallo. 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 Ja. Wir spielen mit Irland, die weitergekommen sind durch ein 1-0-Erfolg gegen Italien. Wollt ihr die auch schon machen? Bitte. So, dann schauen wir mal. Wir haben ja alles zu haben. Wir haben ganz nett, ganz nett, die Spieler. Also, Kingfran und für die Zweite zu tun. So, hab ich ja auch. Äh, Murphy. Äh, Murphy. Die, die mit dem weg. Yo. Ganz saft. Wow. Wow. Das ist kaputt. Äh, das war nicht mehr auf sich. Das war nicht auf sich. Das war nicht auf sich. Ein schönes Coca-Cola-Glas. Ich kann einfach so aus und kriegen mit dem weg. Nee, warte. Ja, äh. Ich lass einfach mal die Aufnahme laufen. Und jetzt muss ich gucken, wo ich das überhaupt hin bekomme. Ach, das ist auch nass. Ich hab gedacht, da ist jetzt nichts ausgekriegt. Dann lass mal dein kleines Papier drauf. Oh, fuck off, ey. Enemy-Brand-Share heute fass ich sich auf. Hier, nimm mal eben Abweistücher. Ich lass mal eben beiseite. Aufpassen, dass ihr euch, dass du dich nicht neidest. Ja. Ich lass uns mal. Jetzt weiß man, wie man Daniel zum Wein bringt. Ja. Äh. Echt, Daniel? Ich meine auch damit. Ja, ja. Ich hab schon immer 13. Jetzt ist 13 nicht mehr, wenn ich nichts soll. Ja. Hast du noch was? Hm? Ja. Ach so, ja. Ich hab schon gehört. Unmeng an Schücher. Nee, das ist Klasse. Da ist auch noch vorsichtig. Ja. Jetzt schlatt der Flasche. Flasche kannst du gleich schon mal wieder rüber geben. Ich hab mir mal eine Klasse, ne, München. Nein, ne, Klasse. So, an den Schücher legst du sonst sonst was drauf. Wie war das aber klar? Das würde nur irgendetwas passiert. Bei irgend... Ich hätte reagiert, schreien uns an. Ein Glas geht kaputt. Das ist ja mal wieder... Der normale Tage ist so Wahnsinn. Ich hab schon lange gemacht. Übrigens, ich entschuldige. Jetzt ist das wohl gemacht. Ja. Ich kann das herstellen. Wenn ich in der Krasche laufen kann... Das Glas leicht fischiert, sagen müssen wir so. Ja. Und jetzt keine Fregnlaufe. Ist ja eine Lasse. Nee, alle trockenen wieder wieder. Hoffentlich. Achso, ich kann mal Bek was gefallen. Pass auf, dann nimm ich hier nur noch gleich... Wo hast du es jetzt hingefallen? Das ist ja... ...und die Menschen. Dann nimm hier so ein bisschen noch 2, 1, 2, dass du da... Ja. Na, knarzt. Genau. Du wusstest doch, dass Google mir 31 Grad gegeben hat. Scheiß doch drauf. Ich habe so lange wohnen Träger, wie ich hier ist. Für ältere Menschen ist das tödlich. Und das Glas, was du auch brauchst. Ja. Ich bring dir wirklich eher zu uns heute. Am Augen. Ich bring dir wirklich eher zu uns heute. Ja. Schöne Nachrichten, meine Damen. So. Ja, welches ist jetzt in meiner Tusch? Gott, das ist meine. Das war gut. Ja, ich habe hier immer meine eigene. Oh, 4 Minuten, einfach mal hier ein bisschen Unterhaltung. Juhu. Kann ich nicht, der Phoenix. Ich glaube, ich fange mal rum. Alter. Wir nehmen heute Flüssigkeit zu uns. Also es geht nicht. Also ich nicht. Ich habe jetzt schon knappes. Flüssigkeit in deinen Arsch. Oh, Alter, spreche ich von Einläuten. Ohohohoho. Alter. Ey, ich hab' gerade nie die Vorlage gegeben. Der hat den Stall passen, seine Arten reingemacht. So, okay. Spiele ein Schirm, guck mal, was kann ich. So, dann viel Spaß mit der Hymne. 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 So, dann viel Spaß mit der Hymne, so, dann viel Spaß mit der Hymne zu machen. der die Leute wenn ihr wollt dass es wird diese Reihe macht so weiter er hat sie können und es gibt es in einem Monat jetzt wird er ich habe auch nicht auch keine alle dass sie die Wurzeln auf den Niveau auch herrlich der Kainz ich hab nun also heute ist er wirklich ein Tag gehört sagt Thomas West Pascal das ist nicht mehr nicht noch ein paar der Bundeswehr aufnehmen und das ist aber ich weiß wie wir das klären wie man hat bestätigt mit Schildschirm es ist doch alles mit dem später auch so fast zurück er hat man nicht immer diese einzelne Aktion nein einmal versuchen darf es das war ein schöner ja das war ich hab das nicht gemacht aber sie spielen mit der Greenwald an oder was Nordelands es wird und war eigentlich aber zu hören kann man eigentlich auch sagen und in weitermachen weil es hier aus dem Nordirland und über und das hat wenn du mich nicht Prozent Prozent der Beinigte und nicht mal die Jahrzehnte ich weiß schon und dann ist was ist abgefälscht und der Torwart kann nicht richtig nehmen ist auch ein Spielkampf aber dann war es in der Mitte flanken ich glaube das war ja die Zigarettenmark hat wieder zugeschlagen das stimmt Alter was schöne schöne Ecke was für schöne schöne Ecke meine Vorlage dein Kopf passt so wie in Realität ja alles stimmt ich bin ja auch kopfverschlagen was kann was kann und was kann ich meine ich will nicht an den Arzt schließen was ich möchte waschen ja und jawohl ich ich bin 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 es war kein Kopf ich bin 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 es ist ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin es liebte ist sagt die Matrix sind solche bin ich zweieinhalb beiden drei A erst mal ich bin der Ausgabe und war die Strecke die Erkrankung auch sieben Prozent ich kann gehen ich hab euch gesagt dass ich nicht gerade gut in FIFA bin also wir beide können gut miteinander spielen oh ja aber selbstverständlich man verstanden, der hat gerade draußen geblieben ist das auch nett? ja ich gehe über Mitte oh ja schön mit meiner Arsch auf gewährt so wie in Realität der Hälfte aufgeben ich muss ein Arschchen ja das tut er nicht nein 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 ja habe ich auch angewiesen aber wie du weißt ja das war schlägt ne einfach diese Spiele wechseln oh das war enger Raum so eng fast als Arschloch was ja 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 okay 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 ja dann für zwei und ich fack mich ob das in Realität auszufliegt das war sehr gut sehr gut biter 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 das war biter was ich nicht wusste können loll der war gut schön hier dran das war mit dem den in 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 Loll Faktor keine Ahnung was aber die Wachtermann das Kalten Lauf in die Mitte oh das war schön schöne Flanke dass man mich selbst lieben wenn ihr das nicht die Seite selbstlugen.de kann man sich immer selbst Juli auch oh 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 nein nein ihr wisst Bescheid das ist der Teil der Kugel das ist unsere beiden damit gute Chance Thomas oh nein wir müssen nutzen eigentlich pass auf wir haben jetzt zwei rote Karten wir müssen uns keine zwei weiteren das war die Torwart links aber ich weiß wer der links Riesmo 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 Rieslo Riesmo Riesmo Bier Ich sag Fitter rechts gut Uuhleu Ich hab Fitter im Leben Uuhleu 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 ihr hört doch viel erst Jaa Wir müssen dafür machen Ich hab Fitter im ganzen Leben äh Hallo 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 guck mal der zu Mitte so macht es kann denn kein sich nicht für sich in die Gäbe das kann sich nicht mehr es ist immer Torpülen und ich habe noch gepasst ich habe aber die Erlösung Lund der Kampfs Tatschen, ruhig O.O. Wo oder das das nicht abseits Ecke Ecke nachdem er hat sie wieder er kann ich habe mir wieder eine schöne Ecke ich komme wo läufst du hin Alter bis schade da bist du fast okay erst mal von 16er weg nicht Prozent Prozent das meisten zu Wort nur die Kassel üblich mit damit damit ist das ganz wichtigste Tatschen was mit auch nicht die Hand der kein Jahr Jahr und das ist jetzt erst mal so halten dass die jetzt kein Ginter mehr kassieren er kommt noch das schön ist schön ist es schön gesehen meist das ist schön ich bin das ist schön kein Absatz so wird das Wort ein Schuss jährlich ich bin nicht in Vorlage Elf und ich hätte nur die Vorlage das ist es sie will jetzt kommt er mit dem Tripp ich hab die falschen hat die Fall den falschen Befehl gegeben hat die das ist wieder ein Freistuch wer macht den nicht ich hab das jetzt fast so ich hab auch nicht zu doll gemacht das musik ich bin da es ist ein erhältlich auf die Kälte der Kärz so ist es das kann siehst du nicht mehr was auch ein Fälscher Befehl schuliert ein der Hattestzeit 3 1 so was tippt ihr ich schätze mal da blöds die Nase vorn haben ich Ich tippe mal ein knappes 2-1. 2-1 tippt schon mal für Frank. Vielleicht tut die das auch. Egal wie du es drehst und wendest, die zwei Mittebilden vielleicht fehlen. Okay, man kriegt ja auch Dinge unter und schnell mal zu einigen. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. turned, den. hier Henzrich, dann haben wir in deinem vino família. Das ist zu wenig. Es muss mir da... Wir darfst die drei actionable na. Do dich noch lassen. filsw toys dazu Software, ne? Ja wir braucht nur noch mill spoonsäser, den wollen wir dann ausnehmen. Haa... Wie wäre es, mit einer falschen Neum, dann lassen wir da Shenlong spielen, oder wir wechseln jetzt schon hier unseren Keen ein. Aber wir wechseln jetzt schon oder nicht? Ja. Okay, dann wechseln wir schon mal Keen ein. So, haben wir schon mal zwei Wechselsort. Äh, da... Dann haben wir mit Person... Und dann... What? Hendrick? Ja. Achso, ja, genau. Und dann haben... Ja, dann haben wir oben zwar keinen, aber dafür können wir heute so'n Hulu an. Und verloren könnten wir noch gegen jemanden austauschen. Äh, den könnten wir dann auswachsen für mich. So, ach ja, genau. Tipps, äh, Postal. Unsere beiden Tipps fehlen noch. Bei den anderen tippen zwar eins. Zwei eins Irland. Ja, tipps für Irland. Ich überleg auch für Irland zu tippen, weil... Frankreich... Nein. Eins null Irland. Eins zu Irland. Nein. Nein, drei null. Nein, Spaß. Dankeschön. Boah. Weil Irland... Ich werd' den nicht unterschätzen. Nee. Irland darf nur überhaupt nicht unterschätzen. Ich... Ich... Ich bin jetzt einfach mal so und sag, nach 90 Minuten steht's 1-1. Komm. Nein. Wir gehen nach 90 Minuten. Ja. Ich hab doch vorhin irgendwas... Ich hab doch vorhin irgendwas... Ich hab doch vorhin irgendwas... 1-0. Ne? Was fragst du? Ja? Du hast nur für Wail gesetzene gezählt. Ich hab' keinen geändert, nur 1-1. Nein. Nein. Weil der Schwierchen gespielt ist. Tja. So, weiter geht. Hab dich lieb. Ich dir auch. Ich hab's vorne gesagt. Okay, komm her. Komm. Wollen. Wollen. Das halbe Dutzend. Das sind 6, ne? Richtig. Das sind 3 Tore. Ja. Da kriegen wir hin. Thomas, kann ich mit einem Fall spielen? Äh. Äh. Pascal. Oh. Das war gut vom Torhüter. Heilige. Muttergottes. Ja. Heilige Muttergottes. Das ist gut hier. Sie haben den Kopfball. Starke. Das ist keiner. Boah. Freistuss. Wollt schon sagen. Und? Rot, rot, rot. Das ist kein Rot. Ja, Mann. Wer hat denn von euch gefoult? Ja, ja. Ey, Thomas. Thomas? Ha, 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 ha. Okay. Eine weitere Karte für Thomas. Ich bin aber so gesehen. in den Ball gegangen. Nein. Das war alles andere als in den Ball gegangen. Rascal, wir machen jetzt den 360. Das heißt? Ich hab mir schon... Pass auf. Pass auf. Pass auf. Wie schießt man irgendwo? Ich. Leute, ich hab' geschwischt. Oh, oh. Die sind hinten sowas und oft. Was rüber! Oh Mann! Stopp! Hä? Hä? Nein, das war abseits. Oh nein! Was war das denn gerade für ein Stöhnen, ey? Er ist gekommen. Ja. Das wird sich auch anders machen. Das wird sich auch anders machen. Oh Gott, zu sehen. Das Video nicht wissen, Alter. Ja! Ah! Ich glaub' du mal was. Und der Fehler war auch von mir. Ich hab' nicht gesagt, passt. Sie stand auch unten. Komm, schöne Flanke. Oh, zu weit. Ah! Oh! Oh! Ich dachte, die erste guckt besser. Ja, dachte ich auch. Weil das sah am Anfang noch gar nicht so schlimm aus. Oh! 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 Jetzt bin ich gekommen. Oh! 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 Wir brauchen mich noch ein bisschen. Robby Keen. Robby Keen. Robby Keen! Oh! 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 Hallo! Ah! Ah! Okay! Ich verstehe. Aaaaah! B! Ahh! Nicht sofort schiessen! Ahh! Tschabel! 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 Ahh! Wow! Hoih! 4 4 ja 3 3 was ist mit dem verdammten Wer ist das wieder um da muss kurz sagt Vielen Dank. 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 Danke. 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 Danke.